Hallo Freunde von Nares, hier ist die Walli. Ich grüße euch von der Boutique Ola Lamun in Köln-Holweide, Bergklapperstraße 576. So, was ich jetzt für euch habe, etwas ganz total Sensationelles. Ihr habt einen riesengroßen Warenbestand und für euch, speziell nur für euch, egal was ihr hier seht, ob gibt es Taschen, ob Jeanshosen, Hosen, T-Shirt, Blusen, Ackeswar, Schmuck, Schuhe, Bandsachen, egal, Jacke, Jeans, Jacken, Kleider, alles was jetzt hier hängt, liegt und steht, wie man so sagt, geht auf jeden Artikel für euch, speziell für euch, außer auf reduzierte Artikel, 20% Rabattrunde, also es lohnt sich optimal. Also, wenn ihr hier zum Beispiel seht, auch mal in diesem Big Side, ich zeige es nochmal ganz kurz, habe ich hier zum Beispiel ein sehr schönes Tuniker, das ist normal 39, das bekämpft ihr für 29 Euro und diese Hose, die wäre auch 39 und die bekämpft ihr dann auch für 29 Euro, diese schicke Leinenhose, also die hättet normal für 58 Euro, statt für 78 Euro hättet ihr ein super schönes Outfit. Also 20 Euro machen schon sehr viel aus, das ist meistens ersparend zwischen 20 und auch mehr Euro, was auch für euch abfällt oder auch mal hier zum Beispiel diese süße Katze mit Faijetten dran, auch eine schöne schwarze Hose drauf, die ist jetzt auch 39 mit Halstuch und käme dann für euch nur 29 Euro. Also, wie ihr seht, das sind ja super tolle Preise. Natürlich haben wir auch in der jungen Mode, haben wir auch sehr viele Sachen drin, zum Beispiel auch diese Zweiteiler, ein Top drunter mit einem Zwecki drüber. Ja, dieser Zweiteiler, der ganz toll ausgeprägt ist mit Faijetten, dieses Herz ist super schön ausgeprägt, der Stopp ist extra nochmal gesteppt. Eine ganz tolle und hochwertige Qualität ist dieser Zweiteiler. Und das sind als Markenware und aus Italien muss ich auch dazu sagen, diese Zweiteile kämen 39 und für euch nur 29 Euro. Also es lohnt sich jetzt wirklich hier vorbeizukommen, denn ihr macht hier wirklich tolle Schnäppchen, auch hier bei diesen Blusen. Wie ihr das jetzt seht, ist auch diese Bluse, die ist 29 Euro. Hier vorne mit einem schönen, mit einem echten Lederbändchen und auch Federn unten dran. Und diese tolle Bluse, die ihr auch als Star- als auch als Carmen-Bluse tragen könnt, die kostet normal 29 Euro und die bekämpft ihr jetzt bei mir für 23,50 Euro. Also da bräuchte ich jetzt so eine tolle Bluse für 23,50 Euro. Das ist sogar noch eine Bluse aus. Eine... Das ist sogar noch eine Bluse aus. 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 Vielen Dank. 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 Ich bin für euch da von 10 bis 18.30 Uhr, von Montag bis Freitag und den Samstag bin ich so für euch da von 10 bis 14 Uhr. Ja, also wenn es euch gefallen hat. Ja, also wenn es euch gefallen hat, ich freue mich auf euch, denkt an die 20%, ihr spart wirklich super Geld ein und das sind alles Trendsachen, das sind alles ganz tolle Saisonsachen. Wir machen nur ein Saisonen wir machen, wir machen, wir machen, wir machen, wir machen. Und ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal. Danke auch hier.